Hi Freunde, heute mal was ganz anderes, ein Bundesliga-Resultaten-Tipp und ein bisschen die Analyse gemacht. Ja, da gibt es so einen, der heißt WebbergTV, den kennt ihr jeder. Er meinte immer, er ist der Wittkönig. Ja, letzte Woche vor Power, ich alle spiele richtig, er alle falsch, wie immer. Selbst ich tippe jetzt zur Zeit nicht mehr, weil es manchmal bringt es Glück, manchmal auch nicht. Aber die Ergebnisse, wo ich Schott getippt habe, können eigentlich auch zu 90% fallen. Vielleicht auch 100%, wenn einer gewinnt, der kann mir hier was abgeben. So als erstes haben wir hier die SGX, ja, das ist eine andere Main-Seite von mir. Gewinnt locker 2 zu 1 gegen den FC Auxbox mit einer Einserquote von 1,93. Der VfL Wolfsburg 1 zu 1 gegen Portuna Düsseldorf ist ein X mit Viererquote. Ja, Düsseldorf ist stark gewonnen mit dem neuen Trainer, der VfL schwächt immer mehr ab, deswegen gibt es ein 1 zu 1. Der ist auf Werder Bremen gegen die FC Union Berlin. Union sind stark, Werder war sehr stark gegen Schalke, deswegen ein 2er, also ein Tipp 1. Mit einer Quote von 2,5 gegen Union Berlin. Herder gewinnt gegen Mainz locker 1 zu 0. Das hat man auch gesehen gegen Schalke. Und es ging Schalke, ja, es war gegen Schalke. Und der FC Freiburg gegen TSG Hoffenheim. Die Hoffenheimer kommen jetzt wieder, drehen das Blatt und gewinnen 1 zu 3 mit einer 2er Quote von 2,5 zu 0. Der FC Schalke gegen Paderborn. Schalke gewinnt 3 zu 1 mit einer Einserquote von 1,45. Bayern Leverkusen 2 zu 2 gegen Dortmund mit X3,15. Und wo Sie haben schon Gladbach am Sonntag gegen den SFC Köln. Köln ist stark geworden, Gladbach schwechelt. Deswegen auch ein X mit 4,15er Quote. Und der FC Bayern gewinnt gegen der FC locker 3 zu 0 mit 1,43er Quote. So, das war mit dem Tipp. Und ich schreibe es nicht so lange wie jemand anderes über mein Leben. Das bringt nichts. Schaut einfach in meinen anderen Videos an, dann seht ihr, was es alles so bei mir noch geht. Also bis dann, Rebeke mit YouTube 2019. Bye, bye.